Und heute fangen wir einfach am Boden an und schaut mal, vielleicht lasse ich euch kurz Zeit, ich würde ganz gerne mit einem Block arbeiten, nur ganz kurz am Anfang oder ihr könnt auch natürlich eine kleine Decke nehmen hier, einfach um was unter den Po zu legen, dass wir ein bisschen höher sitzen und ich mache dann auch gleich die Musik an. So, wir wärmen uns. Das auf dem Block sitzen hat den einen Sinn und Grund, dass man ein bisschen besser die Hüfte wärmen und mobilisieren kann. Hüfte sitzt oberhalb vom Knie und wenn ihr eure Beine legt, auch beim Meditieren sage ich immer, die Wade, das ist unser Fundament, da stützt euch mal richtig schön drauf. Gut, ich nehme ganz gerne meine Handflächen, meine Ballen nach vorne, meine Fingerspitzen nach hinten, dreh so ein bisschen meine Hüfte nach hinten und wärme den Rücken, dass ich einfach wirklich nach unten schaue und nach oben schaue. Noch zweimal. Und diese ganzen vorbereiteten Übungen helfen uns auch, ein bisschen Ruhe in unsere Yoga-Praxis zu bringen. Gut, und dann beginnst du mit diesen kleinen Kreisen. Wir nennen sie Sophie-Kreisen. Ein nach hinten, aus nach vorne. Jetzt lass dir mal Zeit und spür ein bisschen hinein, es ist frühmorgens. Wie geht es dir? Genau, und dann lasse ich los, alle Gedanken. Ich schüttel manchmal sogar richtig meinen Kopf nach vorne hin aus und lasse meine Gedanken los. Noch zweimal. Und dann richte dich auf, Wirbel für Wirbel. Gut, wir nehmen die Arme in diese kleine U-Halte. Und auch das ist das Mobilisieren vom oberen Rücken. Also dein Becken sitzt fest, schaust dir ruhig mal an. Genau. Und du lockerst den oberen Rücken. Ganz sanft um dich herum. Hier. Wunderschön. Du kannst auch gerne mit dem Atmen, so ein bisschen mit dem offenen Mund auspusten. Ein, aus. Körn auf. Noch zweimal. Gut, dann gehe ich auf die Seite, wo mein Fuß angebeugt ist. Bei mir ist es der linke, euer rechter vielleicht, wenn du zu mir schaust. Und wir drehen uns. Und guck nochmal, dass du die Wirbelsäule schön nach oben ziehst. Und denk, wir gehen wie eine Spirale. Den ganzen Wirbelbereich drehe. Und die Wange und die Nase mit. Gut, dann gehe ich einen Moment zurück. Spür mal ganz kurz nach. Blinzel deine Augen auf. Schön. Wir räumen mal die Füße andersherum. So. Angefangen haben wir wieder mit dem Ballen hier. Nach hinten schieben. Und nur den unteren Rücken. Denkt dran, Kopf lockert. Denkt dran, Nacken lockert. Noch zwei. Rund. Aus. Noch eins. Rund. Aus. Wunderbar. So. Und dann gehen wir hier so viel kreisen. Ausatmen. Wenn du dich nach vorne lehnst. Einatmen, wenn du nach hinten kommst. Du kannst das Ganze gerne auch ohne Block machen. Vielleicht sitzt du dann besser. Erfahrungsmäßig ist der Block schon eine Hilfe, die wir gerne annehmen. Ein nach hinten. Aus nach vorne. Und denk hier, ach ja, ich lasse einfach mal meine Gedanken. Ich komm an. Noch zweimal bitte. Einatmen. So. Auch hier die U-Halte. Und für mich wäre es jetzt das Auspusten auf meine rechte, deine linke Seite. Einfach so ein bisschen lockern. Vielleicht hilft dir das Bild, dass du mit deinen Armen durch so warmes Wasser dich bewegst. Genau. Dass die Haut ein bisschen mit der Luft arbeiten kann. Und du atmest aus. Puste ruhig mal. Ich mach das nicht so toll mit dem Mikro, aber du darfst richtig pusten. Und mindestens noch fünf. Genau. Noch zweimal. So. Und dann gehe ich da, wo mein Bein vorne liegt. Bei mir wäre es das rechte, dein linkes. Und wir drehen uns. Und jetzt denke ich wieder, Wirbelsäule wächst erst nach oben. Und dann fange ich ganz langsam an. Diese Spirale wahrzunehmen. Drehen. Und vielleicht ganz zum Schluss noch mit der Nasenspitze. Mit dem nächsten Einatmen. Zieh dich nochmal hinauf. Und spüle einen Moment nach. Genau. Schönes Seufzen. So. Jetzt wollte ich eine Übung mit euch machen. Ach so. Noch mal schön gerade sitzen. Stell dir vor, du lässt das Kind ganz still. Du lässt deine Nase ganz still. Du lässt deinen Stehenraum still. Und du willst nur Augäpfel arbeiten. Im Yoga gibt es diese Augenübungen, um unsere Sehkraft zu erhalten. Aber vor allem die Augenübungen. Schau mal von der Neuen auf die Neuen, auf die Neuen, auf die Drei. Dieses Gedachte. Die Augenübungen lösen, die Augenübungen lösen, Nacken, Hals, Kiefer. Gut. Jetzt stell dir vor, dass du mit deinen Augen hier eine schöne Uhr wanderst. Ich zeige dir nochmal, du gehst mit dem Uhrzeigersinn auf die Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und gegen den Uhrzeigersinn zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann schließe für einen kleinen Moment deine Augen. Hände reiben und bedecke. Und spüren wir nach. Spür die ganze Rückseite deines Halses, deiner Schädeldecke. Löse deine Kiefergelenke. Lass die Zunge nach hinten ins Gaumendach sinken. Gut, mit dem nächsten Einatmen öffnen wir. Da seid ihr. Wunderschön. So. Heute bauen wir den Sonnengruß von unten auf. Da sage ich immer, denk mal an die Zehen. Und ich gucke immer mal wieder ganz gern, dass wir, wenn wir das schlafende Kind üben, nicht die Zehen nach innen wie so sichel legen, sondern auch hier schon unsere Linien im Sprunggelenk wahrnehmen. Nochmal das schlafende Kind ganz kurz memorieren. Ich bin entspannt, mein unterer Rücken füllt sich mit meinem Atem. Atme ein. In die Katze, bewegt den ganzen Rücken intensiv und stell die Zehenspitzen auf. Und atme aus. In den herabschauenden Hund. Atme ein. Rechte Hand steigt zum Himmel. Atme aus. Zieh die Richter durch und still sie ab. Richte dich auf. Unser erster hoher Ausfallschritt. Und in kleinen Moment erst mal hier nochmal die Beinrückseite. Die Leiste wahrnehmen von deinem linken Bein. Gut. Und dann kletter ich genauso zurück. Über den Krieger 4. In den herabschauenden Hund. Einatmen. Bremsen. Aktiv im Bauchraum. Nach oben schauen. Und ausatmen. Becken kippen. Und ins schlafende Kind hinein. Das ist unser erster Flow. Spür nochmal ganz kurz die Stille. Schön. Es geht los. Einatmen in die Katze. Wirbelsäule nach oben öffnen. Ausatmen. In den herabschauenden Hund. Gerne bis die Fersen am Boden sind. Gut. Einatmen. Dein linkes Bein weit nach oben. Ausatmen. Zwischen die Hände setzt du ab. Einatmen. Hier, die ersten Runden können sie schon ziemlich wackelig sein. Das stört dich überhaupt nicht. Denk nochmal an dein rechtes Bein, das nach hinten zieht. Ferse rechts gegen eine imaginäre Wand. Hoher Ausfallschritt. Wunderbar. Genieß mal die Weite dieser schönen, schönen öffneten Position. Wir gehen zurück über den Krieger 4. In die Katze ein. Aktiven Bauch auf. Ins schlafende Kind mit einer großen Wellenbewegung in deine Wirbelsäule aus. Noch zweimal ganz fließen. Trag den Rücken nach oben. Ein. Zehenspitzen aufsteigen. Herabschauenden Hund. Aus. Rechter Fuß steigt zum Himmel. Ein. Zieh den rechten Fuß durch. Aus. Richte dich auf. Hoher Ausfallschritt. Ein. Tief sinken. Aus. Brems. Aktiv im Bauchraum. Einatmen. Wirbelsäule nach oben öffnen. Und die aktive Rundung. Die linke Seite ist drin. Ein. Trag dich hoch. Herabschauender Hund. Aus. Linker Fuß steigt. Zieh den linken Fuß durch. Aus. Öffne dich. Schöne Form. Genieß mal hier die Weite. Tief kletterst du aus. In die Katze. Schön aktiv bremsen ein. Und das schlafende Kind aus. Dann nimm die Hände einmal einfach hier in deinen Schoß und spür diese Bewegung. Du wirst die Ruhe spüren. Du wirst deine eigene Kraft wahrnehmen. Sehr schön. Wir blinzeln die Augen auf. Wir kommen jetzt einfach zum Stehen. Jetzt kommt unsere erste Runde von oben nach unten. Bring die Hände in den Berg. Daumen landen auf deinem Herzen. Einatmen in den aufrechten Berg. Stell die Zehen ganz fest auf die Erde. Gut. Und öffne dich dann über die Weide. Tief sinken aus. Rechten Fuß weit nach hinten stellen. Hoher Ausfallsschritt ein. Herabschauender Hund. Auf. Du weißt, wie es weitergeht. Rechter Fuß steigt. Ein nach oben. Setz den rechten Fuß durch und aus. Hoher Ausfallsschritt ein. So, jetzt kletter ich nach vorne. Die linken Fuß anstellen. Aus. Zieh den Rücken lang nach vorne. Über die halbe Vorbeuge in den aufrechten Berg. Und du landest. Einatmen in den aufrechten Berg. Mach dich noch größer. Tief sinken. Aus. Links nach hinten. Hoher Ausfallsschritt. Die Weide wahrnehmen. Und hier kletter nach hinten. Schön. Herabschauender Hund. Aus. Die linken Beine steigt. Zieh den linken Fuß durch. Aufrechten. Aufrechte Position. Kletter nach vorne. Aus. Zieh den Nacken lang über die halbe Vorbeuge. In den aufrechten Berg. Und das wollen wir noch einmal rechts und links ganz fließend. Langt sie in den aufrechten Berg. Beine arbeiten. Tief und aus. Links weiter nach hinten steigst du. In den hohen Ausfallschritt. Darf wackeln, wackeln. Ist wunderbar. Nach hinten und aus. Rechter Fuß steigt ein. Zieh ihn durch und aus. Hoher Ausfallschritt ein. Und kletter nach vorne. Aus. Aufrechten. Linke Seite. Langt sie in den Mund ein. Mach dich noch größer. Wunderbar genießt den Fluss. Links weit nach hinten steigen. Ausfallschritt der Ruhe ein. Sei noch aktiver in den Beinen. Herabschau und nach hinten. Ganz fest die Fersen zum Boden stellen. Linkes Bein steigt. Zieh den linken Fuß durch und aus. Aufrichten ein. Kletter nach vorne raus. Und riech dich auf. Hier. Nackenlang. Öffne dein Herz. Ein. Schließ bitte für einen Moment die Augen. Und spür nach. Spür die Ruhe in dir. Spür deine Kraft. Sehr schön. Wir blinzeln die Augen auf. Wir gehen jetzt einmal. Wir verbinden den ersten, den zweiten Teil und hängen noch was dazwischen. Wir wollen gemeinsam ausatmen. Aktiv im Bauch. Einatmen. Und lass die Bewegung jetzt durch den Fluss riesengroß werden. Aus. Tief und aus. Rechts kommt nach hinten. Hoher Ausfallschritt ein. Beide Hände setze ich vor. Herabschau und nach unten raus. Jetzt kommt dieser kleine neue Teil. Wir kommen in den Tisch mit einer Welle. Acht Punkte oder Stab. Herabschau und nach unten raus. Und herabschau und nach unten raus. Leg dich ganz sanft zurück. Denk an die Cobra Schultern. Aufrichten ein. und schieb dich nach unten raus. Aus. In die Katze ein. Zehen spitzen. Denk an die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Aus. Rechter Fuß steigt mit einem Einatmen. Ziehen durch und aus. Wir richten uns auf. Wir klettern weit nach vorne. Einatmen. Zieh dich lang. So, das war unser erster Flow. Ganz vollständig. Spür noch einen kleinen Moment. Die Stille. Deine Kraft. Und wir gehen links. Einatmen. Zieh dich lang. Tief sinken aus. Linke Schritt nach hinten. Hoher Ausfallsschritt ein. In den herabschauenden Hund. Aus. In den Tisch. Mit einer kleinen Welle. In den Stab. Rauschauender Hund. Einatmen. Und mit dem Ausatmen sanft ablegen. Aktiven Bauch. Denk nochmal Schultern nach hinten ziehen. Cobra macht dich stark. Und dann zieh dich zurück. Kleine Schlangenbewegung aus. Katze ein. Herabschauender Hund. Und linker Fuß steigt. Einatmen. Zieh durch und aus. Hoher Ausfallsschritt. Und du steigst vor. Tief sinken aus. Aufrechter Berg. Diese kleine Serie wollen wir nochmal üben. Rechts, links und halten. Fünf Atemzüge. Den herabschauenden Hund. Gut. Stell nochmal die Zehen ganz fest zur Erde hin. Und denk dran. Kniescheiben ziehe ich hoch. Im Beckenraum bin ich stark. Ich bin mein Mula Panther stark. Ich wachse nach oben. Denk nochmal hier an deine Ohren. An den Raum in deinem ganzen Schädelbereich. Wir haben die Kiefergelenke entspannt durch unsere Augen. Ausfallsschritt. Tief und aus. Es geht los. Einatmen. Vorbeuge aus. Rechter Fuß kommt nach hinten. Richte dich auf. Herabschauender Hund. Los. Kleine Welle vor. In den Stab. Aus. Heraufschauender Hund. Tief. Ganz aktiv bleiben. Schulter Cobra ein. Weit nach hinten. Kleine Welle aus. Zehenspitzen aufstellen. Herabschauender Hund aus. Und hier bleiben wir mal. Du kannst gerne nochmal die Fersen positionieren. Zehen öffnen. Hopf nochmal ausschütteln. Dieses Gefühl. Das tut alles los. Lässt Gedanken. Denk nochmal an die Kniescheiben. Aktiv nach oben ziehen. Und hinten unsere Sitzkorn. Dieses V. Zum Himmel schiebst du es. Noch zwei Atemzüge. Sehr schön. Es geht weiter. Rechter Fuß steigt ein. Zieh den rechten Fuß durch. Aus. Aus. Aufrichten. In den Hohlaustritt. Einatmen. Kletter nach vorne. Ausatmen. Aufrichten. Einatmen. Und unsere Berghaltung. Spür deine Stille. Spür deine Kraft. Luft. Gut. Das geht nach links. Ein. Weit öffnen. Tief sinken. Aus. Kletter nach hinten mit einem linken Fuß. Aus. Hoher Ausfallschritt. Ein. Herabschauende Hund. Aus. Kleine Welle. Kleine Welle. Stab. Vielleicht auch die acht Punkte. Wie es für dich passt. Tief sinken. Aktiv bleiben mit deinem Bauch. Schultern in die Hosentasche. Körper. Und schieb dich nochmal. Weit. Aus. Nehmen die Katze. Und die Zehenspitzen ausstellen ein. Und hier. Fersen. Und unsere vier, fünf Atemzüge. Genießen nochmal herabschauende Hunde. Wir sind für uns wirklich ruhig. Fühlen. Pause. Öffnen nochmal die Zehen. Zieh die ganze Bauchdecke nach innen oben. Zieh die Kniescheiben hoch. Schüttel die Gedanken los. Aus. Gut. Linker Fuß steigt ein. Zieh den linken Fuß durch. Aus. Richte dich auf. Einatmen. Jawohl. Weit. Nach vorne kletterst du aus. Auf. Richten. Ein. Und unsere Berghaltung. Spür die Stille. Die Ruhe. Spür deine Kraft. Wir gehen noch einmal rechts, links durch. Einatmen. Wir machen die Bewegungen noch fließend. Einatmen. Aus. Rechter Fuß weit nach hinten. Hohe Hausverschritten. Ein. Herabschauender Hund. Aus. Kleine Welle. Ein. Du kannst gerne auch nur die acht Punkte machen. Sonst geh direkt in den Stab. Rausche und öffne den Herz. Tief sinken raus. Schulter Cobra. Ein. Und mit dem Ausatmen sinken erst. Vorderen Rücken nach unten. Kleines Päckchen. In die Katze. In den Herabschauenden Hund. Wir halten. Tiefe Atemzüge. Bitte noch zwei. Sehr schön. Letztes Ausatmen. Rechter Fuß steigt. Ein. Dreh den rechten Fuß weit nach vorne aus. Spür hier diese schöne, starke, kraftvolle Position. Gehen wir doch mal nach vorne aus. Aufrichten. Und tief. Letzte Runde links. Langziehen. Ein. Mach die Bewegung noch fließender. Noch größer. Noch weicher. Noch kraftvoller. hohe Ausatmen. Herabschauender Hund aus. Kleine Welle ein. Stab oder acht Punkte aus. Rauschauender Hund. Und hier leg dich ganz langsam ab. Bleib aktiv. Schultern in die Hosentasche ein. Schieb dich nach unten aus. In die Katzei. In den herabschauenden Hund aus. Noch drei schöne, tiefe Atemzüge. Guck noch mal, dass du noch mehr so diese Sitzknochen mal ein bisschen nach oben schiebst. Stell dir vor, dass du die Bauchdecke Richtung Oberschenkel ziehen möchtest. Lass alles los. Gedanken weiterziehen lassen. Tiefe Ruhe. Spür deine Stärke und deine Ruhe. Wunderbar. Linker Fuß steigt ein. Zieh den linken Fuß durch aus. Aufrichten ein. Kletter nach vorne aus. Aufrichten. Und das Nachspüren. Kleinen Moment. Deine Stille. So, wir gehen weiter. Wir wollen noch ein bisschen die Seiten arbeiten. Ich kann dir mal die Füße noch mal anheben, dass du sie wirklich wie so Saugnäpfe auf die Erde stellst. Und zieh dich weiter auf deine rechte Seite. In deine rechte Ecke. Dann nimm den Rücken hier und zieh ihn lang. Und schau vielleicht auch so ein bisschen über deine Hand, ohne den Nacken zu sehen. Hinten zu belasten. Tief sinken. Ausatmen. In die kraftvolle Haltung. Einatmen. Und wir legen den Riegel. Deinen linken Ellbogen. Und schieb den ganzen Rücken. Das ist der gedrehte Stuhl. Guck noch mal, dass du sicher bist, dass du die Knie auf einer Linie hinst. Sehr gut sieht das aus. Schau mal rupen. Drück mal ganz fest die Hände aufeinander. Du bist deine Schultern wie in einer Linie aufeinanderstau. Sehr schön. Schau nach unten. Wir lösen vorsichtig den linken Fuß. Nimm mal den linken Fuß in die Luft. Guck mal, ob du halten kannst. Kraft halten kannst. Zieh den linken Fuß ein. Halte noch zwei Atemzüge. Gut, dann ganz weit nach hinten klettern. Hier nochmal nachjustieren. Das darf immer wackeln bei uns. Seitlicher Winkel gedreht. Zwei Atemzüge. Gut, ich komme zurück. Das darf wackeln, wie gesagt, der hohe Ausfallschritt. Dann gehe ich in den Krieger 2. Hier. Denk nochmal, dass du hinten deine Fußsohle die Außenkante ablegst. Öffne dein Herz. Einatmen. Weit nach vorne lehnen. Becken tief ziehen. Ausatmen. Hinter deiner Hand. Und ich schau nach oben. Noch einen schönen Atemzug. Diesen seitlichen Winkel offen. Sehr schön. Mit dem nächsten Ausatmen. Strecke ich beide Beine. Möchte man meine Hüfte, meine Rechte mehr nach hinten ziehen. Den Nacken lang. Die Nasenspitze tief. Du kannst auch gerne mit den Händen nochmal nach vorne laufen. Und hier bitte so ein bisschen an deine Wirbelsäule gehen. Öffne die Wirbelkörper. Sehr schön. Schau zu den Zehenspitzen hin. Stell die Hände nah. Heute ein rechtes Bein. Wir wollen nochmal kurz mobilisieren. Dann komme ich von hier aus meinem Krieger 4 in den Krieger 3. Auch das darf wackeln. Zieh dich nochmal lang. Und dann komme ich ganz einfach nach oben. Setze meinen Fuß, wohin möchte ich meinen linken. Bei mir sitzt er meistens auf dieser schönen, bauchigen, Wadenmuskulatur. Achte nochmal auf deinen Nacken. Löse dich in den Ohren. Spür deinen Baum. Spür die Stärke. Spür deine Ruhe. Sag vielen Dank. Danke. Zu deinen Füßen, die dich so viel schon getragen haben. Und die dich auch weitertragen durch dein Leben. Gut. Pinsel die Augen auf. Nochmal die Zehen bewegen. Tiefes feststehen. Wir lehnen uns in den Halbmond nach links. Einatmen. Wir ziehen in die linke Ecke. Einatmen. Wir ziehen uns lang. Hier, schau mal. Du kannst versuchen, die Hände hinter die Ohren zu ziehen. Mach bitte erst den Lack lang. Und wenn du über die Hände schaust, streck dich im Nacken aus. Wir halten noch zwei Atemzüge. Sehr schön. Und tief. In die kraftvolle Haltung. Du brauchst deine Beine. Wir haben den Riegel hier gelegt. Seid ihr sicher, dass die Knie auf einer Seite stehen? Und dann dreht den ganzen Rücken auf. Schau nach oben. Leg die Hände festzulein. Dreh dich. Dreh der Stuhl. Noch zwei Atemzüge. Sehr schön. Du blickst zurück. Wir lösen wieder den rechten Fuß. Den Block hältst du fest. Bring erst mal das rechte Füßchen ab in die Luft. Versuch mal den Fuß nach hinten zu strecken. Oh, das darf wackeln. Halte zwei Atemzüge. Dann stelle ich meine Zehenspitzen ganz weit nach hinten. Hier. Und wir bauen unseren gedrehten seitlichen Winkel. Hände fest aufeinander. Der Daumen sucht. Hände fest in Kontakt zu deinem Herzen. Spür weit in deinen Ohren und in deinen Augen. Sehr schön. Warte mal ein. Hoher Ausfallsschritt. Krieger zwei. Hier nochmal die Außenkante schön hinlegen. Das Herz öffnet sich. Spür deine Weite. Deine Ruhe. Gut. Einatmen. Lehn dich weit nach vorne. Dein Becken sinkt noch tiefer. Linke Hand und du ziehst. Bitte noch zwei Atemzüge. Weit öffnen. Mit dem Nächsten ausatmen. Landen beide Hände. Vielleicht den Fuß ein bisschen nach hinten stellen. Und hier die Hüfte zieht nach hinten. Mach den Rücken lang. Leg die Nase zum Knien. Ganz gern die Hände in die Länge. Versuch auch hier Wirbelkörper öffnen. Weit werden im Rücken. Mit dem Nächsten einatmen. Zieh dich lang. Stell die Hände wieder nah. Beug dein Bein. Wir wollen hier vom Krieger Vier uns ganz langsam hochdrücken in den Krieger Drei. Alles was wackelt ist gut. Trainiert unseren ganzen tiefen Bauch und den Boden auskühlen. Halte den Krieger Drei bitte noch. Gut. Und dann stelle ich einfach mich in meinen Bauch. Ich suche immer meine kleine Wadenmuskulatur. Öffne deine Hüfte auf der rechten Seite. Spür dich still. Sehr schön. Und sag vielen Dank. Wir gehen weiter. Wir atmen ein. Wir sinken tief mit unserem Ausatmen. Wir wollen hier nochmal nur so ein bisschen Hüftball. Gut. Leg die hinteren Fußsohlen ab. Und du möchtest dich auch nochmal zwei, drei Atemzüge tief ziehen. Lass den Kopf sinken. Lockern nochmal. Vielleicht kannst du durch deine Beine durch zum Himmel schauen. Ach, wie schön. Gut. Dann löse auch hier. Setz die Hände ab. Ganz klein bisschen nachspüren. Auch spüren. Okay. Dann gehe ich ganz vorsichtig. Fingerspitzen nach hinten. Weit nach hinten. Wir bauen ab zum Schluss das Boot auf. Du kannst die Hände halten. Oder die Hände nach vorne lehnen. Und auch hier spür deine Kraft. Spür die Ruhe. Wir bleiben noch gut drei Atemzüge. Sehr schön. Dann nimm den rechten Fuß als Riegel unter dir drunter. Setz den linken. Achte darauf, dass du beide Sitzknochen am Boden hast und den Fuß nahe stellst. Und ich greife hier. Ziehe mein Knie nach oben. Wir gehen noch einmal. Eine schöne Drehung hin. Schließe gerne mal die Augen. Nimm hier wahr. Mit dem Einatmen möchtest du nach oben wachsen. Mit dem Ausatmen drehst du dich. Unser Drehsitz. Spür die Lunge, die sich öffnet. Atme ein. Zieh dich nach vorne. Über die Seite. Wir nehmen noch einmal hier. Hochtrücken. Nach vorne klettern. Einatmen. Und wollen noch einmal diese kleine Serie gehen. Einatmen. Tief sinken. Ausatmen. Der kleine Hüpfen. Okay. Greif die Zehenspitzen. Vorbeuge tief. Vielleicht mal unter den Beinen durch zum Himmel schauen. Zieh die Ellbogen nach außen. Mach den Nacken lang. Gut. Noch einen schönen tiefen Atemzug. Dann löse wieder auf. Zieh den Rücken nach vorne. Genau. Tiefe Atemzüge auch hier. Einfach stilles spüren. Gut. Wir setzen die Hände rechts, links. Ein bisschen nach hinten. Das Boot. Ein letztes Mal. Zwei Atemzüge. Und dann greife ich dieses Mal zu meinen Knie hin. Setze mein Gesäß zu meinen Fersen. Und denk dran, jetzt wäre noch die kleine Meditation im Boden. Also du kannst deine Schultern bedecken. Gerne Wirbel für Wirbel abrollen. Schau mal in Schawasana. So, dass du den Nacken lang ziehst. Vielleicht sogar die Haare ein bisschen öffnest. Und spür die Serien nach. Dass für einige Augenblicke einfach die Ruhe in dir entstehen. Nimm deine Atemwelle mal. Seinen ganzen Atemzug ganz bei deinem Atem. Einatmen. Ja. Ausatmen. Und noch die Pausen im Atemgeschehen fahren. Wenn Gedanken erscheinen, dann lass sie weiterziehen. Du bemerkst, wann sie kommen. Du bemerkst, warum sie kommen. Und dann bringst du deine Achtsamkeit ganz freundlich zurück. Zu der Wille des Atems. Du bist ganz beim Einatmen. Du bist ganz beim Ausatmen. Und wenn deine Gedanken sich hunderte Male lösen von deinem Atemgeschehen. Dann bemerkst du dies. Bemerke, wann es geschieht. Bemerke, warum es geschieht. Und bring dann deine Achtsamkeit erneut zurück. Ganz freundlich zu deinem Atem. So. Wir wollen auch wieder. uns bewegen ziehen und die finger die beine aufstellen unsere lieblingsseite rollen ganz langsam zum sitzen kommen kannst die augen öffnen schließen wie es zu dir passt kommen noch einmal zum kreuzbeinigen sitz fest die hände palmieren auf die geschlossenen augen deine warmen hände legen ach das tut den augen so gut die dunkelheit die wärme sehr schön dann bindet deine augen auf öffnet die hände wir streichen den nacken öffnen uns weit in den händen zur stimmen zu deinen lippen zu deinem herzen wir wollen uns füreinander verneigen sei dankbar für die praxis sei dankbar für die zeit gefunden hast für dich ich danke euch wir sehen uns ganz bald wieder nächsten montag und dann hier so auch Untertitelung des ZDF, 2020